Ach nee, warum schießt der denn? Nein, nein. Du schießt immer schon. Motherfucker, Alter. Na bitte, oh, na bitte. Das gibt's nicht. Junge auf... Ja. Nein, ich glaube nicht. Der Torwart ist weg. Warte, ich glaube mal zu dir, Siro, du hast das Tor vorbereitet quasi. Ja, sogar der Torwart, damit Siro gespielt hat. Vollidiot. Oh nee, das gibt's doch nicht. Pass auf, jetzt ist alles um den Rennstieger. Guck mal, der ist die ganze Zeit am Rennen. Das gibt's nicht. 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 Ja, mein Spiel! Sehr geil! Sehr geil, Rohe! Sehr gut, genau! Gut, dass ich stehen geblieben bin, dann hätte dein Benjamin nichts gewonnen! Ja! 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 Außen, echt außen. Wollen wir bitte. Jawohl. Ich hab ein bisschen länger gewartet. Wow, bitte, Marie. Ja! Das kann man da raus.